Hallo und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Video auf dem Kanal zum Thema Gira X1. Im ersten Video, was du hoffentlich gesehen hast, haben wir gemeinsam das Gerät in Betrieb genommen, in die Verteilung eingebaut, eingerichtet, den Gira Projektassistent installiert, dann eine Visualisierung aufgebaut und dann habe ich dir ein bisschen gezeigt, was damit eigentlich so möglich ist. Das war nur die Visualisierung, aber mit an Bord beim Gira X1 ist auch ein sehr mächtiges Logikmodul und das wollen wir uns einfach mal in den Grundzügen in diesem Video gemeinsam anschauen. Das heißt, wir werden einfache Logiken aufbauen, ganz, ganz simple Sachen. Wir werden die Simulation anschauen, wir können Logiken also simulieren, bevor sie an das Gerät übertragen werden. Ja, und dann zeige ich dir noch, wie du eigene Logikbausteine aus der Community dann auf dein Gerät importieren und nutzen kannst. Ich wünsche dir jetzt erstmal ganz viel Spaß mit diesem Video. Falls dich irgendwas nicht interessiert oder du einzelne Kapitel überspringen möchtest, dann tu das gerne. Ich habe das Video hier in verschiedene Abschnitte eingeteilt. Dir jetzt erstmal ganz viel Spaß mit diesem neuen Video zum Gira X1. Bevor wir uns gleich dem Gira Projektassistent widmen, würde ich ganz gerne nochmal kurz auf die Web-Oberfläche vom Gira X1 eingehen. Man kann einfach die IP-Adresse von dem Gira X1 in einem beliebigen Browser aufrufen und dann bekommt man diese Webseite ausgeliefert. Also auf dem X1 läuft auch ein Web-Server, der diese Webseite bereitstellt und hier können wir uns anmelden. Die verschiedenen Passwörter für die Benutzer haben wir im letzten Video ja gemeinsam vergeben. Ich wähle mal den Administrator aus, das Passwort habe ich schon kopiert und klicke jetzt auf Anmelden. Jetzt sehen wir nochmal Datum und Uhrzeit. Wir sehen die IP-Adresse, Subnet Mask und so weiter. Interessanter wird es aber hier oben bei der Diagnose, weil hier sehen wir relativ viele Interna von dem Gira X1. Wie schon vermutet läuft auf dem System ein Linux und hier sieht man die kompletten Prozesse, die gerade laufen, auch mit welchen Benutzern. Eigentlich interessant, dass Gira das hier überhaupt ausspielt und hier sehen wir auch sehr schön, wie zum Beispiel die Logik Engine, die wir gleich anschauen, ausgeführt wird. Da gibt es einen eigenen Benutzer, der heißt Logic und das Ganze wird mit Mono ausgeführt. Und Mono ist eben ein Open-Source-Projekt, welches C-Sharp bzw. Code vom .NET-Framework eben auf Linux ausführbar macht. Ich bin mir noch nicht sicher, warum Gira diesen Weg gewählt hat, eventuell weil die ETS auch in .NET geschrieben ist und so eben Entwickler von ETS-Plugins dann auch relativ einfach Erweiterungen für den Gira X1 schreiben könnten, ohne die Programmiersprache wechseln zu müssen. Ist aber nur eine Vermutung, schreib mir gerne in die Kommentare, wenn du da mehr weißt. Meine erste Wahl wäre Mono unter Linux auf jeden Fall nicht, wenn es darum geht, Logik bzw. eigene Programme unter Linux ausführen zu können. Das aber nur am Rande. Du siehst auch noch, wie die Prozesse generell getrennt sind. Die laufen hier auch irgendwie alle als Root, außer der Logik-Benutzer. Das heißt, wenn du eigene Module schreibst, dann hast du leider keinen Root-Zugriff. Ansonsten könnte man sich ja auch relativ leicht SSH oder so auf dem System aktivieren. Das möchte Gira natürlich nicht. Hier sieht man auch nochmal, der aktuelle Web-Server, der diese Seite hier ausliefert, der läuft unter Nginx. Das ist einfach ein Open-Source-Web-Server. Und ansonsten hat Gira hier noch viele weitere Prozesse programmiert und etabliert für Philips Hue, für Sonos und so weiter. Ist aber nicht Bestandteil von diesem Video. Ich wollte dir nur ein paar Hintergrundinfos geben. Springen wir also in den Gira Projektassistent. Hier hatten wir im letzten Video schon gemeinsam das Projekt zu Hause angelegt. Das würde ich jetzt nochmal öffnen. Und hier haben wir uns im letzten Video hauptsächlich auf die Datenpunkte, Benutzerverwaltung und Gebäude- und Geräte-Menüpunkte beschränkt. Und jetzt haben wir hier noch den Logik-Editor. Darüber haben wir noch nicht gesprochen. Da springe ich jetzt mal rein. Und hier können wir eigene Logiken hinterlegen. Ja, für welchen Fall ist das überhaupt relevant? Generell ist KNX natürlich ein dezentrales System. Viele Logiken und Abläufe kann man bereits in den Applikationen von den verschiedenen Geräten, also den Sensoren und den Aktoren hinterlegen, sodass das Ganze möglichst autark bleibt. Der Ansatz unterscheidet sich auch grundsätzlich von beispielsweise Loxon. Da brauchen wir ja auf jeden Fall den Mini-Server als Server in der Mitte. Ansonsten funktioniert das ganze System nicht. Ein KNX-System kann ich auch komplett, wie ich bisher ja auch, ohne Server betreiben, ohne zentrale Komponente. Das heißt, es funktioniert erstmal alles autark. Die Geräte sprechen direkt miteinander. Und ich brauche eben keinen Server in der Mitte. Warum jetzt aber doch ein Logik-Server, ein Logik-Modul? Naja, die Applikation der Geräte kann ich ja nur parametrieren. Das heißt, ich kann ein paar Parameter verändern, wie sich das Gerät in welchen Situationen verhalten soll. Aber ich kann ja keine freie Logik definieren. Also ich bin darauf angewiesen, was die Hersteller in ihre KNX-Geräte eingebaut haben. Suche ich mir ein Gerät aus, bin ich an die Applikation und die verfügbaren Parameter in diesem Gerät gebunden. Möchte ich jetzt aber das Verhalten ändern, eigene Logiken umsetzen, dann bin ich darauf angewiesen, was das Gerät kann. Und wenn es etwas nicht kann, dann muss ich diese Logik eben woanders hinpacken. Naja, und dieses woanders kann jetzt eben überall sein. Du hast zum Beispiel schon gesehen, ich kann das Ganze über Node-Rate machen. Da habe ich verschiedene Videos zu gemacht. Genauso könnte ich das über IO-Broker machen, über OpenHab, über Home Assistant und über tausend verschiedene kommerzielle Lösungen. Wie zum Beispiel auch den Timberwolf-Server, den ich vor kurzem vorgestellt habe. Auch der stellt wieder Logik bereit und genauso eben auch der Gira X1. Also alle verfolgen im Prinzip genau den gleichen Ansatz. Und jetzt wollen wir einfach mal schauen, welche Möglichkeiten bietet denn der Gira X1 in den Logikmodulen? Welche Möglichkeiten habe ich da? Was kann ich für Logiken aufbauen? Wie funktioniert das? Und da machen wir einfach mal ein paar Beispiele. Wie funktioniert das? Als erstes haben wir sogenannte Logikblätter. Wir können also mehrere Logikblätter hinzufügen, um die Logiken voneinander zu trennen. Dass wir eben nicht die Logik für die Außenbeleuchtung zusammen mit der Beleuchtung in der Küche kombinieren oder was auch immer. Das heißt, du kannst Logiken voneinander trennen, indem du sie auf verschiedene Logikblätter verteilst. Ich füge erstmal so ein Logikblatt hinzu. Dann habe ich das jetzt hier unter Entwürfe. Da kann ich auch einen Doppelklick drauf machen und damit öffne ich das Logikblatt. Und jetzt haben wir auf der linken Seite wieder unsere Bibliothek, genau wie bei den Funktionen auch schon. Und auf der rechten Seite haben wir dann die Eigenschaften von den verschiedenen Bausteinen, die wir gleich auf unser Logikblatt in der Mitte ziehen. Wir können hier auch rein- und rauszoomen. Wir haben eine Simulation, schauen wir uns gleich auch an. Und generell bauen wir jetzt hier unsere Logik mit grafischen Elementen auf. Ja, und wie fängt man hier an? Angenommen man weiß gar nicht, was zu tun ist, dann hat man hier oben rechts immer die Hilfe. Und die habe ich, glaube ich, im letzten Video auch schon gelobt. Die ist wirklich gelungen. Hier unten finde ich dann die Infos zum Logik-Editor, zu den Logik-Bausteinen. Und wenn ich da reingehe, dann wird alles nochmal gut erklärt, wie man Logikblätter hinzufügt und so weiter. Schau da einfach mal rein, wenn du mehr wissen möchtest. Genauso hast du zu jedem dieser Bausteine auch eine Hilfe. Angenommen, du möchtest wissen, was ein Flankendetektor ist, dann klickst du da drauf, siehst, von welchem Autor das ist, weil man kann auch weitere Module, weitere Bausteine hier hinzufügen. Kommen wir später zu. Und dann klickst du einfach auf weitere Informationen und bekommst Infos zu dem Flankendetektor. Also da wirklich Hut ab mit Beispielen, was man damit machen kann. Das ist wirklich gelungen. Also die Hilfe ist sehr, sehr mächtig, habe ich jetzt schon oft genug gelobt. Und du findest wirklich zu jedem Punkt hier eine Hilfe, die einen auch wirklich weiterbringt und nicht einfach nur ein paar Infos beschreibt, sondern auch Beispiele liefert. Aber genug drumherum geredet. Ich möchte jetzt endlich mal die erste Logik hier mit dir gemeinsam aufbauen. Damit wir mit Werten arbeiten können, brauchen wir erstmal einen Eingang. Ziehe also diesen Eingang auf mein Logikblatt. Und dieser Eingang, der möchte jetzt ganz gerne wieder einen Datenpunkt haben. Hier auf der rechten Seite habe ich dann wieder die Eigenschaften von dem Objekt, was ich angeklickt habe, genau wie bei den Funktionen auch. Und hier wähle ich jetzt einfach mal einen Datenpunkt aus. Diesen Datenpunkt muss ich natürlich vorher importieren. Wie genau das geht, habe ich ja im letzten Video schon gezeigt. Und hier suche ich jetzt einfach mal nach Dämmerung und finde hier den Dämmerungswert in Lux von meiner Wetterstation. Das Ganze ordne ich jetzt zu. So, und jetzt habe ich hier den Dämmerungswert. An diesem Ausgang wird also jetzt jedes Mal der Wert in Lux bereitgestellt, wenn dieser von der Wetterstation gesendet wird. Ja, und diesen Ausgang, diesen Wert kann ich jetzt mit einer Linie an irgendwas anderes knüpfen. Wir haben hier nur noch keinen Baustein, deswegen kann ich das noch mit nichts anderem verbinden. Und dafür nehme ich zum Beispiel hier unten mal so ein Vergleicher, heißt das Ganze. Auch hier könnte ich mir wieder die Hilfe aufrufen für ein paar Beispiele und ziehe den einfach mal hier drauf. So, jetzt habe ich einen Vergleicher. Und der hat zwei Eingänge und vergleicht die miteinander. Mit welchem Operator? Den kann ich hier rechts festlegen. In diesem Fall gleich. Ich möchte aber kleiner gleich oder wir nehmen kleiner. Die Idee ist jetzt, wenn der Dämmerungswert unter einen bestimmten Wert fällt, wenn die Helligkeit unter einen bestimmten Wert fällt, möchte ich die Außenbeleuchtung einschalten. Als Beispiel. Also nehme ich jetzt diesen Ausgang und verknüpfe den mit dem ersten Eingang hier. Und jetzt habe ich einen Vergleich, könnte also an den zweiten Eingang auch noch einen Wert anschließen. Oder aber ich gebe einen statischen Wert vor. Ich klicke mal hier auf Eingang umschalten. Dann siehst du, jetzt habe ich hier keinen Eingang mehr, sondern kann einen Wert definieren. Und hier schreibe ich zum Beispiel mal eine 100 rein, drücke Enter und habe dann den Eingang 2 statisch auf 100 festgelegt. Und jetzt wird der Eingang 1 mit dem statischen Wert 100 verglichen. Ist der Wert kleiner, dann liegt am Ausgang eine 1 an. Ist der Wert größer, liegt eine 0 an. Ja und das Ganze kann ich jetzt natürlich an einen Ausgang wieder knüpfen. Ich gehe hier auf die Ausgänge von der linken Seite, ziehe das hier drauf und könnte das jetzt wieder an einen definierten Datenpunkt schicken. Und dann nehme ich zum Beispiel mal meine Haustürbeleuchtung. Also Außen-Nord schalten. Okay. Und verknüpfe das hier miteinander. Zack. Ja und schon haben wir die erste Logik aufgebaut. Die kann ich auch noch ein bisschen verschieben, damit das vielleicht übersichtlicher wird. Und so kann ich natürlich auf ein Logikblatt mehrere Bausteine und mehrere Logiken packen und miteinander verknüpfen. Das Ganze kann ich auch simulieren. Ich klicke auf Simulation starten. Die Simulation findet aber nur hier auf meinem Rechner statt. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass das Ganze wirklich gerade irgendwelche Geräte schaltet oder Werte holt. Und hier kann ich ja mal vorgeben, die Dämmerung ist zum Beispiel gerade auf 400 gesetzt. Und dann starte ich die Simulation. Klicke also auf Start und du siehst, am Ausgang liegt eine 0 an, weil 400 ja größer ist als 100. Wenn ich jetzt den Ausgang ändere, zum Beispiel auf 100 und das setze, dann liegt immer noch eine 0 an, weil 100 nicht kleiner ist als 100, sondern gleich. Dann setze ich das auf 99 zum Beispiel. Zack, ab dann liegt hier eine 1 an und es würde eine 1 auf diesen Datenpunkt hier gesendet. Also mit der Simulation kann man das Ganze einfach mal ausprobieren und rumspielen, welche Bausteine denn in welcher Kombination welche Werte liefern würden. So müsste ich zum Beispiel nicht erst warten, bis wirklich die Dämmerung eintritt, um dann festzustellen, dass irgendwas nicht funktioniert, sondern ich kann das eben hier auf diese Art und Weise testen und simulieren. Ja, das Ganze pausiere ich mal wieder und stoppe die Simulation und könnte jetzt die Logik noch verfeinern. Warum sollte ich das tun? Naja, zum Beispiel könnte ja die Außenhelligkeit um einen bestimmten Wert schwanken, um 100 in diesem Fall zum Beispiel. Das heißt, es ist bewölkt oder der Nachbar macht sein Flutlicht an oder was auch immer und irgendwie schwankt der Wert um 100. Das heißt, er fällt zum Beispiel auf 90, das Licht geht an, dann steigt er wieder auf 120, das Licht geht aus. Also die Außenbeleuchtung geht ständig an und aus. Das wäre nicht so unbedingt optimal. Und das heißt, wir nehmen diesen Baustein und löschen den, rechtsklick löschen und ersetzen den durch einen anderen Baustein. Und wir können das zum Beispiel mit so einer Schwellwertdefinition hier machen. Das ziehe ich hier drauf und jetzt haben wir einen anderen Baustein. Ja, was ist mein Auslöser? Das ist wieder mein Dämmerungswert. Ziehe ich hier rüber und der Ausgang wird wieder mit meiner Außenbeleuchtung verknüpft. Und jetzt kann ich auf der rechten Seite noch zwei Dinge konfigurieren. Einen oberen Schwellwert und einen unteren Schwellwert. Den stelle ich zum Beispiel auf 150 und den unteren auf 90 zum Beispiel. Ja, jetzt sehe ich die Werte hier aber nicht. Das heißt, die sind zwar aktiv, aber werden mir in der Logik nicht angezeigt. Das heißt, wenn ich auf das Logikblatt einfach so schaue, dann sehe ich nicht, was genau hier passiert. Und das liegt daran, dass die hier ausgeblendet sind. Die sind natürlich aktiv und werden genutzt, werden nur nicht dargestellt. Und da kann ich die Sichtbarkeit umschalten, klicke das also hier an, diese beiden Augen hier. Und jetzt sehe ich in der Logik auf meinem Logikblatt auch direkt die beiden Werte und kann die Logik ein bisschen schneller erfassen, ohne den Baustein anklicken zu müssen und das anzuschauen. Ja, auch das kann ich wieder simulieren. Simulation starten. Dann ist der Wert hier zum Beispiel 200. Wert setzen. Ich starte das Ganze und jetzt ist es gerade sehr hell und der Ausgang ist 1. Okay, wir probieren mal weiter. Der Wert ist zum Beispiel 100. Wert setzen. Ausgang ist immer noch 1. Und erst, wenn der untere Schwellwert unterschritten wird, in diesem Fall zum Beispiel 80, Wert setzen, dann würde der Ausgang umgeschaltet. Aber jetzt ist es ja dunkler und der Eingang hier ist 0. Das heißt, es funktioniert noch nicht so richtig. Wir können also mit der Simulation jetzt schon ein Problem feststellen. Wir müssen den Ausgang hier invertieren, also umdrehen. Ich stoppe erst mal wieder die Simulation, weil dafür müssen wir die Logik ändern. Und jetzt liegt es ja nahe, dass wir einfach in den Baustein schauen und einfach mal den Inverter suchen. Der invertiert also den Wert. Wenn 1 reinkommt, kommt 0 raus. Wenn 0 reinkommt, geht 1 raus. Und den könnte ich ja einfach hier zwischenpacken. Ich würde also diese Verbindung hier löschen. Ziehe das hier drauf. Gehe dann ein bisschen nach rechts, um mehr Platz zu haben. So, dann fliegen hier die Verbindungen auch nicht so durch die Gegend und ziehe das jetzt hier drauf. So, jetzt würde das funktionieren. Aber das geht auch deutlich einfacher. Ich brauche nicht unbedingt so einen Inverter-Baustein. Den würde ich mal wieder löschen. Ich kann auch auf den Ausgang direkt anklicken, rechtsklicken und Inverter anklicken. Und dann bekomme ich eben genau das gleiche Symbol hier, wie du gerade in dem Baustein gesehen hast. Ist also deutlich einfacher und kürzer und hält meine Logik einfacher. Das heißt, ich kann den Ausgang auch einfach auf diese Art und Weise invertieren. Ja, und wenn ich jetzt die Simulation wieder starte, das Ganze wieder auf zum Beispiel 500 setze, zack, Start, dann ist der Wert 0. Es ist ja hell, über 150, wunderbar. Also ist der Ausgang 0. Und wenn es jetzt dunkler wird, zum Beispiel 120, Wert setzen, ist der Ausgang immer noch 0, weil ja der untere Schwellwert nicht unterschritten wurde. Also muss ich erst zum Beispiel auf 50 gehen, Wert setzen. Jetzt ist der Ausgang 1 und angenommen, jetzt wird es nochmal heller, das Problem hatten wir ja eben, auf 120 Lux zum Beispiel Wert setzen. Dann bleibt der Ausgang 1, der würde erst wieder auf 0 wechseln, wenn der obere Schwellwert wieder überschritten wird. Ich denke, das Prinzip wird klar und so haben wir jetzt unsere Logik schon verbessert. Ja, und die möchte ich jetzt ganz gerne in den Gira X1 übertragen, dass sie auch wirklich aktiv wird und nicht nur hier in meiner Simulation funktioniert. Dafür würde ich sagen, wir benennen das Logikblatt erstmal um und zwar in Außenbeleuchtung oder sowas. So, und jetzt gehe ich wieder zurück auf die Logik. Und aktuell liegt das Ding hier nur in Entwürfe. Aber hier finde ich mein Gerät. Also das ist mein Gira X1. Wenn du jetzt noch mehr Logikmodule von Gira hast, dann wären die jetzt eben hier neben. Du musst also dein Gira X1 auf jeden Fall in das Projekt importiert haben. Wie das geht, hatte ich ja schon gezeigt. Ja, und dann nimmst du einfach diese Entwürfe und ziehst sie auf das jeweilige Gerät, wo die Logik dann nachher laufen soll. Ja, und im Prinzip war es das schon. Jetzt kannst du die Inbetriebnahme starten und dann ist die Logik aktiv. Ich klicke also auf Inbetriebnahme starten. Wie du siehst, ich habe hier schon wieder einen Monat lang nichts gemacht. Wird mal wieder Zeit für ein neues Video an dieser Stelle. So, die Inbetriebnahme war erfolgreich und ab jetzt läuft das Ganze auf dem Gira X1. Mit den Logiken, da könnte ich natürlich noch viel, viel mehr zeigen. Jetzt könnte man theoretisch noch einen Schalter einbauen, der die Automatik aktiviert und deaktiviert. Man könnte auch eine Szene aufrufen. Zu Szenen habe ich ja auch noch nichts gezeigt. Also Möglichkeiten gibt es an dieser Stelle ohne Ende. Aber damit das Video nicht noch länger wird, belassen wir es erstmal dabei. Wenn du mehr sehen möchtest oder auch Beispiele sehen möchtest, dann schreib das Ganze gerne in die Kommentare. Jetzt möchte ich aber ganz gerne nochmal über die verfügbaren Bausteine sprechen, die du hier findest. Und zwar sind das ja hier die Bausteine, die im Standard ausgeliefert werden. Aber es gibt auch einen sogenannten Gira App Shop und es gibt auch noch etliche andere Quellen, wo man weitere Bausteine herunterladen und installieren kann. Hier auf der rechten Seite siehst du vielleicht schon eine Lizenzübersicht und darunter einen Link zum Gira App Shop. Dann kommst du auf diese Seite und hier musst du dich erstmal anmelden bzw. erstmal registrieren, falls du noch kein Konto hast. Ja und der Witz dabei ist, irgendwie möchte Gira nicht, dass Privatpersonen diese Software benutzen. Das heißt, hier unten siehst du schon Firmeninformation, Unternehmensart, Umsatzsteuer-ID und so weiter. Hier ist das Ganze also nur für Unternehmen gedacht. Alle anderen haben aus Sicht von Gira anscheinend in diesem App Shop nichts zu suchen und das Ganze ist irgendwie Fachpartnern, Fachplanern und so weiter vorbehalten. Warum das so ist? Keine Ahnung. Politisches Thema finde ich nicht besonders prickelnd. Ja, keine Ahnung, wie weit ich dir das jetzt hier zeigen soll, aber ich bin hier schon registriert und logge mich einfach mal gerade ein. So sieht das Ganze dann aus und hier kann man Produkte kaufen, Erweiterungen kaufen, die kostenpflichtig sind. Aber es gibt eben auch kostenlose Bausteine. Zum Beispiel kann ich die Funktionserweiterungen kaufen, 125 Funktionen oder 250 Funktionen. Preise sind auch linear, das heißt eine Funktion kostet 1 Euro. Keine Ahnung, warum man sowas macht. Das sind so künstliche Beschränkungen, die mir persönlich bei so Produkten überhaupt nicht gefallen. Ich meine, der X1 ist schon teuer genug. Warum soll ich dann nochmal 250 Euro zahlen, damit in der Software irgendwas freigeschaltet wird? Keine Ahnung. Aber genauso finde ich hier Web Requests. Das ist zum Beispiel ein weiterer Baustein. Ich gehe also auf die App-Detail-Seite und das kann ich dann kostenlos herunterladen. Hier habe ich dann also einen weiteren Baustein. Den packe ich in den Warenkorb, muss dann einmal den kompletten Checkout durchgehen und kann das Ganze dann eben für 0 Euro kaufen und kann das dann eben hinzufügen. Zumindest theoretisch. Ich habe jetzt ein Gewerbekonto, habe mich registriert, habe meine Umsatzsteuer-ID hinterlegt und den ganzen Quatsch gemacht. Jetzt möchte ich eine kostenlose Extension kaufen, muss dafür durch den Checkout, klicke auf Weiter zur Kasse und benötige dann eine Gira-Kundennummer, um Apps erstehen zu können. Ich weiß nicht, was das soll. Das Konzept ist doch eigentlich ganz cool. Es gibt einen App-Shop und es gibt ein Konzept, wie man den Gira X1 mit verschiedenen Extensions erweitern kann. Und dann möchte man natürlich den Apps vertrauen, indem man die aus dem Gira App-Shop lädt und nicht irgendwo aus einem Forum oder von Drittanbietern, sondern ich möchte ja vertrauenswürdige Apps haben, aber kann die nicht aus dem App-Shop laden, weil es dafür 17 Hürden gibt, bis man das im Endeffekt mal darf. Also da ist auf jeden Fall Nachbesserungsbedarf. Ich meine, das wäre ja noch okay, wenn ich jetzt irgendwie eine Möglichkeit sehen würde, hier weiterzumachen. Ich habe keine Ahnung, wie ich an eine Kundennummer komme. Ich habe gerade auch in der Facebook-Gruppe gefragt. Das weiß niemand. Also da muss man anscheinend jetzt irgendwie den Gira Support kontaktieren. Ich kann ja mal hier auf Kontakt gehen und jetzt soll ich das Ganze hier ausfüllen oder wie? Es gibt keinen offiziellen Prozess oder einen Hinweis, wie ich jetzt an dieser Stelle weitermache. Keine Ahnung. Irgendwie ist dieser App-Shop nicht da, wo er sein sollte, meiner Meinung nach. Naja, jedenfalls ist der Prozess nachher so gedacht, dass man sich hier ein Projekt anlegt, neues Projekt anlegen und für dieses Projekt, du siehst, hier muss man einen Kunden ausfüllen und so weiter. Das ist also auch gar nicht darauf ausgelegt, dass hier Privatleute reinkommen. Man soll ein Konto haben als Unternehmen und da legt man dann seine ganzen Kunden an von den verschiedenen Servern und dann kann man für diese Projekte Erweiterungen kaufen. Wenn man denn die richtige Qualifikation hat, um das zu kaufen, das ist dann die nächste Hürde, die dritte mittlerweile. Du siehst hier oben rechts so ein kleines B und wenn ich dann mal auf die Übersicht gehe bei dem Gira X1, dann siehst du hier oben rechts so einen Wimpel. Bei dem X1 darf ich, glaube ich, so gut wie alle kaufen. 1 bis 10 von 11, ja, die darf ich wohl alle kaufen, aber wenn man sich zum Beispiel den Gira Home Server anguckt, da haben ganz viele so ein E in der Ecke, erfordern also ein Expert Level und die kann ich nicht kaufen. Hier steht Nachweis erforderlich. Und wenn ich da draufklicke, Qualifikation nachweisen, dann sieht man hier die verschiedenen Stufen und hier unten müsste ich dann entsprechende Seminare besuchen, um dann diese Erweiterung herunterladen zu dürfen. Ja, nicht so der Hit. Glücklicherweise ist der Gira App Shop aber nicht die einzige Quelle, wo man Erweiterungen für den Gira X1 herunterladen kann. Deutlich geringere Hürden gibt es im KNX User Forum. Den Link zu dieser Liste packe ich dir auch unter dieses Video. Hier findest du zum Beispiel Erweiterungen, um in die InfluxDB 2 zu schreiben, TAS Motorgeräte zu steuern und vieles, vieles mehr. Hier sind einige Erweiterungen gelistet. Schau dort gerne vorbei. Wie gesagt, Link unter diesem Video. Ansonsten empfehle ich dir auch noch die Facebook-Gruppe zum Gira X1 S1 und dem Home Server. Auch hier gibt es vom Kaibur Card etliche Erweiterungen für den Gira X1. Ganz einfach herunterladen, einrichten und ausprobieren. Um einfach mal zu zeigen, wie man solche Logik-Bausteine hinzufügt, würde ich jetzt von dem Fabian Fischer diesen HTTP-Get-Request-Baustein einmal herunterladen. Hier kann ich mich übrigens jetzt auch informieren lassen, wenn der Baustein geändert wird. Das ist ganz cool. So bleibe ich bei Updates natürlich immer auf dem Laufenden. Dann klicke ich hier auf den Disclaimer, akzeptiere das Ganze und dann kann ich das Modul herunterladen, bekomme dann eine ZIP-Datei, die muss ich entpacken und in der ZIP-Datei finde ich dann noch eine ZIP-Datei, eine Beschreibung HTML, eine Lies-Mich und so eine Log-Datei. Manchmal ist hier ein bisschen Doku drin, aber manchmal auch nur ein Link zum User-Forum, wo man dann mehr Informationen findet über den jeweiligen Baustein. So und diese ZIP-Datei, die entpacke ich nicht, sondern die wähle ich jetzt im Logik-Editor aus, hier oben rechts Logik-Baustein hinzufügen, gehe hier rein, wähle meine ZIP-Datei, drücke auf Öffnen und dann habe ich ein Logik-Baustein hinzugefügt. Ja und wenn ich jetzt nochmal ein Logik-Blatt hinzufüge, dann sollten wir unseren neuen Baustein hier finden, hier links HTTP-Get-Request. Und den kann ich hier draufziehen, konfigurieren, welche Optionen hier zur Verfügung stehen und so weiter, hängt natürlich von dem jeweiligen Baustein ab. Ja und mit diesem neuen Baustein konnte ich auch direkt ein bisschen Logik aus Node-Red ablösen und zwar möchte ich ja draußen auf meiner Mobotics einen Ton abspielen, wenn es klingelt. Die Klingel liegt auf einem Binäreingang, hatte ich alles schon mal gezeigt und dann kann ich über eine URL hier ein Klingel-Signal, ein Sound-File auf meiner Mobotics abspielen, so dass derjenige, der klingelt, eben Feedback bekommt. Und das habe ich jetzt mit diesem HTTP-Get-Request direkt im X1 implementiert. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von diesem Video angelangt. Zum Schluss wie immer noch ein kurzes Fazit. Was soll ich davon halten? Insgesamt war das natürlich hier nur die absolute Grundlagen-Lektion, sage ich mal. Wir haben die absoluten Basics angeschaut. Es gibt noch ohne Ende Bausteine, die auch direkt von Gira mit ausgeliefert werden, wo man sehr viel mitmachen kann. Was ich sehr schön finde, ist, dass man auch aus der Community Bausteine hinzufügen kann, hochladen kann, die andere programmiert haben und dass man so den Gira X1 erweitern kann. Was ich nicht so schön finde, ist der ganze Prozess dahinter, wie du gesehen hast. Man kann sich in dem offiziellen App-Shop nur als Unternehmen registrieren. Das steht auch in den Nutzungsbedingungen. Und man kann eben dann nichts herunterladen. Auch kostenlose Dinge. Dann braucht man erst wieder eine Gira-Kundennummer. An die muss man irgendwie erstmal drankommen. Die muss im Konto hinterlegt werden. Und dann findet man im Endeffekt nur 10 oder 11 Extensions für den Gira X1. Das ist beim Gira Home Server dort wesentlich umfangreicher. Der Gira X1 ist in diesem App-Shop irgendwie noch nicht angekommen. Dafür hat die Community dafür extrem viel schon entwickelt. Und das ist eben nicht im App-Shop, sondern auf anderen Plattformen. Und da würde ich mir wünschen, dass das eben für Endkunden zugänglich wird. Dass die auch ihre Erweiterungen in den App-Shop packen können. Die vielleicht sogar von Gira zertifizieren lassen können. Dass die auch dieses Siegel erhalten. Geprüft von Gira. Dass man weiß, da hat jemand drauf geschaut. Da steht kein Quatsch drin. Das Ding legt meinen X1 nicht lahm. Und darauf kann ich mich verlassen. Das wäre sehr schön, wenn das in Zukunft ginge. Und ich fände es toll, wenn Gira daran arbeitet. Und dieses Sammelsurium von verschiedenen Quellen für Erweiterungen ein bisschen auflöst. Auch wenn das KNX User Forum da einen super Job gemacht hat. Die listen ja momentan alle möglichen Erweiterungen auf. Und da findet man auch Hilfe zu den verschiedenen Erweiterungen. Etliche Threads, die das genau erklären, wie die benutzt werden und so weiter. Aber es wäre eben schön, wenn das an einer zentralen Stelle wäre. Und es kann irgendwie nicht sein, dass die Community da so viel für entwickelt. Und da so hinter dem Produkt steht. Und Gira selbst da irgendwie gefühlt keinen Bock drauf hat. Und das nicht weiter verfolgt. Ja, schreib mir gerne deine Meinung dazu in die Kommentare. Ansonsten freue ich mich natürlich auch wie immer über einen Daumen nach oben von dir. Wenn dir das Ganze gefallen oder weitergeholfen hat. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Ich wünsche dir alles Gute. Bis dahin. Ciao, ciao.